Caroline Bosbach hat nun wirklich mal ein klares Statement abgegeben zur aktuellen Situation rund um Nancy Faeser und wir mittlerweile wirklich eine riesige Explosion in der Messerkriminalität, aber auch generell in der Kriminalität sehen. Frau Bosbach hat dazu gesagt bei Stern TV, Zitat, das Problem befindet sich am anderen Ende der Klinge. Also man will ja sozusagen Messer verbieten und so weiter und ich muss mal ganz klar sagen, was hat denn das für einen Sinn? Es hat keinen Sinn, Messer zu verbieten. In Wirklichkeit müsste man sich um die Leute kümmern, die das Messer halten oder ich würde sogar noch weiter gehen, man müsste sich um die Leute kümmern, dass sie sich endlich mal ändern. Die Leute, die diese Politik, die sowas zulassen, da müsste man sogar noch was ändern, aber nicht bei den Leuten, bei den Messern, wenn man die Messer verbietet und so weiter, das ändert gar nichts, weil die Leute, die beschaffen sie sich dann einfach illegal. Also hier muss wirklich knallhart durchgegriffen werden und auch eine Nancy Faeser, wenn sie sich nicht ändern kann, muss dann einfach knallhart gehen.